Mein Ziel war es schon immer, eine Firma aufzubauen, die ganz selbstverständlich auf ihre Umwelt achtet und dafür Sorge trägt, die Natur in ihrer Schönheit und Vielfältigkeit zu erhalten. Bei Elona Drahtgestrick arbeiten wir im Einklang mit unserer Umwelt. Unsere Stricksysteme für Draht- und Kombigestricke sind speziell auf Energieeffizienz entwickelt und bieten höchste Qualität in der Produktion. Unser Kerngeschäft sind maßgeschneiderte Kundenlösungen, zum Beispiel für die industrielle Filtration, Petrochemie, Explosionsschutz und Architektur. Mit unseren zum Teil selbstentwickelten Stricksystemen decken wir eine große Bandbreite an Fertigungsmöglichkeiten ab und garantieren dabei stets maximale Präzision. Um unser technisches Know-how permanent weiterzuentwickeln, kooperieren wir mit internationalen Forschungseinrichtungen. Gemeinsam entwickeln wir Innovationen im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Für unsere Drahtgestricke verwenden wir hochwertige Formaterialien aus Deutschland und Europa. Sie lassen sich bis auf ihre Schmelzen zurückführen. Bei der Produktion vermeiden wir den Einsatz von Umweltgiften und setzen auf CO2-neutrale Stromproduktion. Das gehört für uns genauso dazu wie die Vermeidung von unnötigem Abfall durch möglichst geringes Packvolumen. Wir sind ein familiärer Betrieb, das heißt schlanke Strukturen. Kurze Wege in der internen und externen Logistik. Das ermöglicht uns einen individualisierten Service und führt zu kurzen Lieferzeiten, auch dank zuverlässiger Logistikpartner. Qualität, Innovation und Teamgeist. Das sind unsere Kernwerte. Für uns ist wichtig, dass alle Mitglieder der Wertschöpfungskette fair behandelt und wertgeschätzt werden. Auch unsere Natur. Wir zeigen, dass es auch in der Industrie möglich ist, verantwortungsbewusst mit unserer Erde im Einklang zu leben. Jeden Tag. Allesnahl. Bis zum nächsten Mal. Allesnahl. Ist только für meine Registungen.